Herzlich willkommen zurück. Wir befinden uns in der Vorweihnachtszeit und diejenigen unter euch, die mir auf Instagram gefolgt sind, haben gesehen, dass ich mich die letzten Tage hiermit beschäftigt habe. Mit so Low-Poly-Kerzenhaltern, die ich als Geschenke verwendet habe. Einmal in groß, den ganzen gab es auch noch so in klein, da fand ich den ganz süß. Und es kam doch relativ oft die Frage, ob ich denn die Step-Files dafür hergeben würde. Ich gebe per se leider keine Dateien raus, weder Step-Files noch NC-Code, einfach aus Haftungsgründen, aber ich zeige euch einfach, wie ich das gezeichnet habe. Dazu hatte ich SolidWorks 2023, da ist jetzt aber kein High-End-Feature drin, das heißt, es geht mit Sicherheit auch mit deutlich älteren Versionen. Prinzipiell der Start ganz simpel, ich bin hergegangen und habe mir erstmal ganz grob die Form des rotationssymmetrischen Kerzenhalters skizziert. Das heißt, wir haben uns eine Mittellinie gezeichnet und an die Mittellinie einfach nur den oberen Teil des Kerzenhalters, die Grundfläche des Kerzenhalters und den schicken Außenradius des Kerzenhalters. Von der Definition her, ganz wichtig, auch die Höhe. Die Höhe selber ist bei mir entstanden, eben aus dem zur Verfügung stehenden Material. Dann war es für mich ganz geschickt, hier auf die Höhe 35 zu gehen, da konnte ich noch ein bisschen planen und hatte genügend Material zum Spannen zur Verfügung. Das müsste vielleicht ein bisschen anpassen zu euren Gegebenheiten. Dann machen wir erstmal die Bodenfläche, die im Endeffekt bei mir dann einen Radius von 45 Millimetern hatte und der obere Kreis des Kerzenhalters mit 59. Was wir jetzt noch brauchen ist der Radius unserer Außenkontur. Der war bei mir 33. Wenn ihr den kleiner macht, dann wird der Ganze ein bisschen bauchiger. Das sieht zwar schicker und eleganter aus. Ihr müsst nur aufpassen, dass gerade in den unteren oder oberen Bereichen, je nachdem wie ihr das nachher fräst, unter Umständen Winkel entstehen, die deutlich größer sind wie 90 Grad. Und ihr dann vielleicht Zugänglichkeitsprobleme bei euch auf der Maschine bekommt. Das war eigentlich schon die ganze Definition des Halters an sich. Wir brauchen für später hier noch zwei Hilfspunkte. Die Punkte definieren die Höhe der Polygonstufen, die wir später haben. Das heißt, wir haben hier ein dreistufiges Polygon. Die Abstände könntet ihr symmetrisch machen oder wie ich jetzt unsymmetrisch. Das ist nachher eine reine Optik-Sache. Ihr könnt die auch jetzt einfach mal definieren. Und wenn dann der Kerzenhalter soweit fertig ist, schaut ihr euch das Ganze an und könnt es dann flexibel anpassen. Das obliegt eurem persönlichen Gusto, wie ihr das am schönsten findet. So ein Zimmer mit der Skizze fertig. Für die Polygone, die wir jetzt zeichnen müssen, brauchen wir noch die Ebenen. Wir haben ja klar die Grundfläche und die Grundebene. Wir brauchen aber noch drei Ebenen darüber. Das heißt, die fügen wir uns kurz ein. Einmal quasi die Grundfläche als Referenz. Und einmal quasi nach ganz oben. Wir können ausgehend von der die parallel machen und jetzt mit den Punkten schneiden und können die dann nachher wunderbar nehmen, um unsere Polygone zu zeichnen. Die Ebenen sind jetzt soweit fertig. Und jetzt fangen wir einfach an mit der Grundfläche selber und erstellen uns erst das Polygon. Beim Polygon müsst ihr eigentlich nur definieren, wie viele Ecken das haben soll oder wie viele Seiten das haben soll. Ich nehme 8, weil 8 ist quasi wenig genug, damit es noch ein bisschen grob wirkt, aber auch nicht mehr wie jetzt 6, dass es eben so zu grob wird. Wem das aber noch zu grob ist, 12, 14, 16 oder ungerade, das obliegt euch. Wichtig ist noch, dass ihr hier immer aufpasst, dass ihr nicht auf Innenkreis, sondern auf Umkreis stellt. Ihr seht, dass wenn ihr das Polygon zeichnet, dass beim Zeichnen des Polygons hier außen, das ist ganz wichtig, eine Hilfslinie, also einen Hilfskreis gezeichnet wird, der mit den Ecken des Polygons abschließt. Werdet ihr auf Innenkreis gegangen, wäre die Linie quasi tangential innen an den Linien. Da wir aber wollen, dass wir definieren können, dass dieser Umkreis immer an den definierten Punkten ist, ist es eben auch wichtig, dass wir Umkreis wählen. So, jetzt haben wir das gezeichnet. Und jetzt müssen wir nur noch hier in dem Fall sagen, weil es ja das Startpolygon ist, dass es auf dem Punkt der Grundfläche liegt. Und zeichnen jetzt die anderen Polygone. Das heißt, wenn wir jetzt auf das nächste gehen, das hier mit dem Punkt abschließt, wieder auf Polygon. Wichtig, die Anzahl der Polygone bleibt gleich, die Blätter vom Solidworks ja gleich. Er schaltet aber jedes Mal vom Umkreis wieder auf Innenkreis um. Das heißt, wir schalten zurück auf Umkreis, zeichnen unser Polygon. Jetzt müssen wir zwei Definitionen machen. Zum einen nehmen wir jetzt diesen Umkreis und legen den Umkreis eben deckungsgleich mit diesem Punkt. Damit entspricht jetzt das Polygon unserer Grundskizze. Aber wir wollen jetzt natürlich noch diesen schönen Versatz haben, der eben dieses Design nachher auch mit ausmacht. Zeichnen uns also eine Hilfslinie zur Mitte und geben hier jetzt einen Versatz der Hilfslinie zur Grundlinie an. Hier ist das gleiche Spiel, symmetrisch, nicht symmetrisch. Die einzelnen Linien könnt ihr selber entscheiden. Ich habe die jetzt ein bisschen unterschiedlich geteilt, aber wenn ihr es fertig habt, könnt ihr da jederzeit dran rumspielen und einfach gucken, was euch besser gefällt. Ich fange an mit einem Versatz von 22 Grad und wenn ich jetzt auf die nächste Ebene gehe, wieder umschalten auf Umkreis, nicht vergessen. Die Hilfe brauchen wir nicht. Wieder mit dem Punkt zusammenlegen, eine Hilfslinie zeichnen und in dem Fall ja jetzt zum vorherigen Polygon versetzen und hier habe ich jetzt reduziert auf 18 Grad. Das gleiche gilt für unser letztes Polygon auf der obersten Ebene. Umkreis. Die Umkreislinie abschließend mit unserem Grundskizzen-Element. Mittellinie zeichnen. Und den Winkel angeben. Hier auch. 18 Grad. So, jetzt haben wir eigentlich ein wunderschönes Polygon-Grundkonstrukt erzeugt. Um diese Polygone, jetzt gucke ich gerade, ob man die auf Instagram vielleicht ganz gut sieht. Ne, sieht man da nicht. Für diese Polygone brauchen wir jetzt irgendwie dieses Dreieck, also dieses typische Dreieck, was das Polygon definiert. Und das ist im Endeffekt ja nachher von diesem Punkt zu diesem Punkt. Damit wir uns jetzt nicht irgendwelche komplexen Ebenen da reinzeichnen müssen, gehen wir einfach her und machen eine 3D-Skizze. Und sagen jetzt mit der 3D-Skizze eine Linie von genau diesem Punkt zu diesem Punkt. Jetzt könnte man auch sagen, ja, wir brauchen ja mehrere von den Dingen und die zeichnen wir jetzt alle in eine Skizze rein. Das geht leider nicht, denn wenn wir nachher die Oberflächen erzeugen, geht diese Skizze in das Feature über. Und dann steht uns die restliche Skizze leider für die Folgeoperation nicht zur Verfügung. Das heißt, wenn wir die erste Linie gezeichnet haben, bei der 3D-Skizze mit STRG Q, beenden wir die Skizze und machen dann einfach die nächste 3D-Skizze auch wieder eine Linie, gehen eine Ebene höher und dann wieder von dem unteren zum oberen Punkt STRG Q und das letzte Mal 3D-Skizze, Linie. Jetzt sind wir eigentlich mit der Basiskonstruktion, also mit der 2D-Konstruktion oder mit der Linienkonstruktion so weit fertig, gehen dann in das Oberflächenmenü und sagen hier oben ausgeformte Oberfläche. Bei der ausgeformten Oberfläche ist es jetzt so, dass wir hier im Profilbereich den Selection Manager brauchen. Wenn ihr den nicht habt, rechts anklicken und Selection Manager anklicken. Und gehen jetzt her, fangen unten an, klicken uns jetzt die erste Linie links an, bestätigen die gleich mit rechts und nehmen dann diese Mittellinie, die wir gezeichnet haben, also die 3D-Linie, klicken die ebenfalls an mit links und mit rechts und jetzt seht ihr wunderbar, entsteht unser Dreieck. Das war es jetzt hier auch schon, wir gehen dann wieder in die ausgeformte Oberfläche, müssen nur hier jetzt, wenn noch eine Vorauswahl drin ist, diese natürlich aufheben und können jetzt die entstandene Linie nehmen, links anklicken, rechts bestätigen mit der Gegenlinie links und rechts. So haben wir jetzt schon die erste Ebene fertig. Also wie ihr das jetzt erahnt, ist das jetzt ein bisschen Fleißarbeit. Das heißt immer anklicken, bestätigen, anklicken, bestätigen und ihr bekommt eure Dreiecke. Es ist im Endeffekt wie ein STL-Fall zeichnen jetzt. Ihr könntet natürlich der eine oder andere doch sagen, ja ich könnte mir jetzt den STL-Fall einfach runterladen von so einem Kerzenhalter, das ist also keine Erfindung von mir. Könntet ihr auch, aber A, habt ihr es dann halt nicht selber gezeichnet, ihr habt doch nicht so die Freiheiten, das nach eurem persönlichen Empfinden anzupassen und manchmal sind eben diese für 3D-Drucker gezeichneten Dateien zum Fräsen nur bedingt tauglich, weil die dann oft zu viele Linien haben für ihre Dreiecke, wie eigentlich notwendig ist und hier habt ihr halt wirklich eine ganz saubere Definition. Umkehrschluss, ihr könnt aber das Teil hier nachher wunderbar nehmen, auch zum Drucken. Also wer jetzt sagt, er hat gar keinen Fräser oder keine Fressmaschine, die das fräsen kann, will es sich aber drucken, ihr könnt das hier auch drucken. So, das war es auch schon. Das heißt, ihr habt jetzt dieses dreistufige Polygonmuster erstellt. Jetzt ist es eigentlich auch ganz einfach, das heißt, wir gehen bei den Featuren auf Kreismuster, wählen als Richtung unsere anfänglich erstellte Achse an. Hier unten bei den Einstellungen wichtig, gleicher Abstand auf 360 Grad. Wir wollen es ja einmal komplett um den Kreis haben. In dem Fall acht Referenzkopien. Wenn ihr jetzt ein 12er Polygon habt, dementsprechend 12. Das geht nicht mit Featuren und Flächen, sondern mit Körper. Und ihr könnt jetzt im Körper einfach eure Oberflächen abklicken. Und jetzt seht ihr, habt ihr wunderbares Low Polymuster dran. Gefällt mir jetzt schon richtig gut. Jetzt gehen wir her, weil es ja nach oben und unten offen ist, müssen wir das noch schließen. Das heißt, wir gehen wieder unten auf unsere Grundfläche. Da können wir jetzt eigentlich einfach ein Polygon einfügen. Da braucht ihr jetzt auch nicht mehr auf Innenkreis und so aufpassen. Man zeigt einfach, dass diese Kante mit dieser Linie kolinear ist. Geht auf Oberflächen, zeigt eine planare Oberfläche. Neuf Proöller nicht. Gucken wir nochmal nach. Diese Skizze. Planar, Zöllers. Wunderbar. Jetzt ist das unten zu. Das gleiche machen wir oben. Oberste Ebene auswählen. Skizze. Und zur Polygon. Linie mit Kante kolinear. Oberfläche, Planar. Ah, der hat ja zwei Sachen drin. Das will er nicht. Also dann machen wir sie einfach einmal zu. Ganz zu die Skizze. Gehen dann nochmal auf die Skizze und sagen dann Planar. Und dann ist das Ganze zu. So. Ich mache jetzt kurz Trinkpause. Und danach geht es weiter, wie ich das in den Volumenkörper stelle. Bis gleich. So. Genug trunken. Um mit dem ganzen Teil nachher vernünftig weiterarbeiten zu können, könntet ihr natürlich das Ganze als Oberflächenmodell lassen. Aber mir ist es immer lieber, ich habe ein vernünftiges Solid. Das heißt, was wir jetzt machen, wir fügen hier oben die Oberflächen zusammen. Wir klicken einfach einmal alle Oberflächen ab und sagen hier Volumenkörper erstellen. Und dann eigentlich nur noch okay. Und jetzt seht ihr, ist das Ganze ein wunderbarer solider Volumenkörper. Was wir jetzt noch brauchen, ist hier oben, ganz klar, für den Kerzenhalter, den Ausschnitt für die Kerze. Ich habe von, weiß nicht, wie ich das sagen darf, von Ikea die Glimma. Die haben 39 Millimeter Durchmesser. Das heißt, ich mache hier eine 40er Aussparung rein, dann passt die ganz gut rein. Und die sind 17 Millimeter hoch. Das heißt, ich gehe 16 tief. Dann hat die Kerze Platz. Sie guckt oben so ganz leicht raus. A finde ich das optisch ganz schön und B kann man sie nachher auch einfach raus tun. C ist auch nicht als Saugpassung da drin. Wer sich das am Ende austoben will, darf das machen. Ich gehe es noch her, mache eine Phase an die obere Kante hin. Ich sage mal 0,5. Ja, sieht ganz gut aus. Und dann habt ihr eigentlich schon euren fertigen... Ja, mehr ist es gar nicht. Ihr habt schon euren fertigen 3D-Modell für... Das geht es hier noch weg. Für alles weitere, was ihr machen wollt. Ob ihr das jetzt drucken wollt, ob ihr es fräsen wollt. Das obliegt euch. Ich habe hier auch noch als Beispiel den großen Kerzenhalter. Das heißt, der hat auch oben das große Glimmerlicht drin. Der sitzt vierstufig, der ist auch deutlich luminöser. Ja, tobt euch da aus. Habt viel Spaß damit. Ich mache im Anschluss noch ein zweites Tutorial. Dann für Solid-CAM. Das heißt, wie ich das Ganze auf der 5-Achse-Maschine gefräst habe. Das seht ihr auch. Bei meiner End-Variante ist hier unten noch was mit dran. Das heißt, ich habe hier 5 H7-Passungen und ein M5-Loch dran, die ich dann zum Fräsen brauche. Das heißt, ich fräse als erstes Plan hier unten drüber und nehme das dann hier unten auf, spanne das bei mir in einem Spanntopf ein und fräse dann die Außenkontur. Wer von euch einen Spann-Dorn hat, mit dem er hier oben spannen kann, noch besser. Habe ich nicht. Ihr könnt das Ganze genauso gut andersrum machen und durch das hier sparen. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Mich würde es freuen, wenn es euch gefallen hat, einen Daumen da lasst. Wenn ihr vielleicht einen Kommentar schreibt, was ihr besser machen würdet oder anders machen würdet. Über ein Abo würde ich mich sowieso freuen und dann sehen wir uns beim nächsten Video. Macht's gut. Ciao.